So, wir kommen hier zurück bei, äh, der Bunker. Und dann machen wir hier mal ganz spritzisch weiter. Was mache ich, Mutter? Wo ist der Manual? Stöhne, dass sie... Es ist mein Buch über meine Freunde. Heute werde ich einen neuen Freund haben. Er wird sich wie dieser. Er wird ein Soldaten, weil ich ein General habe. Aber ich habe einen großen Arm. Ich habe einen Block aus dem Map Room. Aber ich habe ihn zu hide. Mr Bishop war da. Er hat mich gesehen. 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 Ich werde das Soldaten und Mr Churchill und Joan of Arc werden ihm sagen, ihn zu kämpfen, Mr Bishop. Ja, wie gesagt, es ist leider keine deutsche Übersetzung. Ist eigentlich recht schade. Aber was willst du machen? Wir hatten heute Abend. Es ist ein bisschen roh und knackig. Es ist besser als Sardinen, die sind das Schlimmste. Mama hat mein Knopf scharper gemacht, damit ich meinen Soldaten ausführen kann. Sie sagt, Rocky war das Beste bei gewinnen. Also das ist sein Name. Ich habe Rocky ausführen, also hier sind alle meine Freunde. Guck mal, hier sind auch diese Figuren. Mom, Doktor und so weiter. Sherpshut ist hier noch dabei. General. Gar nicht mal so dumm, ey. Ich muss mal kurz bei Settings drin. Alter, der Ton ist ja mal der Hammer. Ist für mich ein bisschen zu laut. Ja, so ist besser. Ey, da platzen mir die Ohren, ey. So, gucken wir hier mal ganz spritzig drin. Da war gar nichts drin. Oh, was haben wir hier drin? Alter, ist ja ein Riesenbuch, ey. Krass, ey. Irgendwas mit System. Ach, du Scheiße. Mal gucken, was wir erst mal hier machen müssen. Manuel Witz. Ach, du Scheiße. Boah. Alter, das kann man sich... Nicht merken, auf keinen Fall, diese Abschnitte da, was da war. Ja. Drücke E. Mal verriet, wo I made. Okay, ähm. Ja, entspann dich mal. Ernst cool, warte mal. Wir gucken erst mal da rein. Das ist sehr schön, also können wir jetzt praktisch auch aus der Tour raus. Komm, dann machen wir das einfach mal. Jetzt werden wir wahrscheinlich eine kleine Bunkertour machen. Oh, hier haben wir eine Kamera. Alter, das sieht doch nicht nach dem Bunker aus. Wahrscheinlich ist er noch nicht im Bunker, oder doch? Ich hab keine Ahnung. Weil das sieht mir so aus, wie so ein Raum aus. Raum 1. Da ist natürlich offen. Ah, okay. Was haben wir eigentlich da, was ist denn das hier? Ach, das ist nur eine Zeichnung. Okay. Gucken, welche sei hier irgendwo drinnen? Gucken, welche sei hier irgendwo drinnen? Oder? Ich hab keine Ahnung. Okay, ein Mensch, eine Rakete. Ich hab keine Ahnung. Ich hab keine Ahnung, aber hier haben wir den gemachten Schlüssel. Der Schlüssel kann für die andere Tür sein. Ja, na klar. Also hier ist dann weiter nichts drinnen. Können wir das schon mal zu machen und wir gucken als letztes mal hier unten drin. Hier unten haben wir nichts drinnen. Ganz sicher, dass da unten nichts ist. Können wir mal hier langsam mit der Maus hier mal lang gehen. In der Hoffnung also nix, also ist doch nix. Hätte ja sein können. Okay, dann macht da gar nichts. Okay, dann gehen wir mal zurück. Und der kann ja nur die Tür sein mit dem Schlüssel hier. Anders kann ich's mir nicht vorstellen. Er schwitzt ein bisschen, kann nicht sein. Die Spannung steigt. Na, was passiert jetzt? Bin genauso scharf drauf wie ihr. Komm, mach die Tür auf. Komm. Mach die Tür auf. Dort ist der Schlüssel. Und rein spaziert. Schön, dann gehen wir schon mal eine Etage tiefer. Ach Gott. Junge. Alles klar. Alles klar. Ich habe die Spannung ausgelöst. Ich habe die Spannung ausgelöst. Und spaziert es. Ach Gott, die Wunder sind ja noch mehr. Ich habe die Spannung ausgelöst. Ja. Ich habe die Spannung ausgelöst. Ja. Ich habe die Spannung ausgelöst. Ah, ich habe die Spannung ausgelöst. Ah, ne. Das ist aber ein komischer Atombunker. Ich habe den Spannung in den Topf, der kommt runter. natürlich hat die Camkey einen Ton ist ja klar und jetzt bleibt er stehen weil hier haben wir noch eine Tür wir können ja mal dahin gehen weil wir gehen natürlich in jeden Raum durch jede Tür Level 2 rein ja ist doch klar Alter das ist ja mal richtig rotzdunkel ich mach erstmal Licht an ey wahrscheinlich bald eher als Junge und jetzt so 30 Jahre später wahrscheinlich nicht boah wie groß ey ja Vielen Dank. Please, please. Oh, dann können wir nochmal drücken. Ah, dann ist das aus. Okay, ich habe jetzt gedacht, äh, da kommt jetzt noch eine Folge. Komm, wir schmeißen uns, ja, wir arbeiten uns, ähm, so lang. Gehen wir erst am Computer, dann gehen wir da lang und dann nach hinten. Oh, ist das ein uralter Computer, ey. Regionalreport. Äh, nur sagt mir das jetzt hier auch alles nicht, äh, gut bei. Generator, lese ich da. Tankfüllung ist sehr low. 4. Oktober 1996 Chaos auf Diet Orlopzzi Alter 32, 36, Vera Taylor Hier unten ist auch nochmal eine Frau. Am 4. Oktober gestorben, am 12. November Personallook Colin Zem 9. Dezember 96 90 Ne, ja, das Englisch ist ganz schwer, das zu verstehen, ey, das ist total der Hammer. Ok, dann gehe ich mal zurück. Gehe ich mal bei Missgründen. Schokolade, Gras, Maybeat, Bett. Krasser Scheissige, ey. Kommunikation von Bunker HQ, Site 3, Corsham, Wiltshire. Prime Minister delivered safely before blast hits. 4.013 Government Ministers and Civil Servants including Cabinet Office, Local and National Government Agencies, Intelligence and Security Advisors logged in, Shortage noted in Domestic Support Staff. Guess they didn't make it. All facilities operating normally. Checks carried out in Infirmary, Bakery, Laundry, Kitchens, Telephone Exchange, Store Rooms, Office Space, Living Accommodation, Maintenance Areas and Workshops. How big is that place? Trust me, you could send me this Sardine team. Prime Minister unsatisfied with Living Accommodation. Twat. Other. Boor Bastard. hört sich auf jeden Fall nicht gut an und zwar irgendwas hier mit der Küche Telefon und so eine ganze Scheiße Workshop Räume, Office, Space Top streng geheim Top secret streng geheim kann ich auch irgendwo verstehen in diesem scheiß Atombunker hier das halt ein bisschen streng geheim ist streng geheim ganz streng ich staune dass das halt noch da in Betrieb ist nach 30 Jahre wo stehen wahrscheinlich hier irgendwo was ist das ah ok wahrscheinlich Figuren oder keine Ahnung was ist krass du kannst natürlich in jeden Raum rein gehen war jetzt natürlich schon spritzig ey guck mal da unten ist noch eine Figur Doktor Doktorfigur hier haben wir wahrscheinlich eine Landkarte mit einem Megaton das bedeutet wir haben diese Radius nur halbwegs zu Basingstoke jetzt vielleicht das sieht klein aber das ist rund 100.000 fatalities vielleicht 80.000 inzürieren von dem Blast und der Feuerball das ist nur zu beginnen die Begründe die Wind hier ist Nord-East die Ausflugung wird großartig es ist vermutlich zu driften nach Cambridge nach Norritsch ... und raus zu sehen ... ... die totalen Begründungen ... ... unimaginabel ... ... und das ist eine Bombe ... ... eine Woche ... ... zwei bis vier Wochen ... ... zwei Stunden ... ... vier Stunden ... ... zwei Tage ... ... zwei Wochen ... ... ne ... ... so hier haben wir ... ... ein Buch ... ... eine Art Institute Post ... ... Moral Officer ... ... das Ziel ist nicht ... ... unbegekommen genug ... ... in den Übersetzung ... ... der Berichtung ... ... den Urgent-Sachsend ... ... wird ... ... sehr klar ... ... zu allen ... ... wenn es ... ... wird ... ... ein ... ... ein ... ... eine neue Position ... ... und sagt ... ... Committee ... ... ob sie ... ... sich ... ... aber ... ... aber ... ... sie ... ... sagen ... ... F.H. Gries not an immediate concern. No need to raise panic in difficult atmosphere. Calls on F.H. to clarify incidents. F.H. agrees not an immediate concern. F.H. raises point that lack of trust in bunker hierarchy is causing moral issues. More clarity and openness needed. C.B. reiterates a pointed hierarchy that is believed that no need for additional officer. If any critical incident comes to light, all will be made aware. Request send to meeting has urgent business to attend to. A.B. calls for vote on appointment of morale officer. C.B. says vote will be ignored. Not a democracy. Meeting ended. Oh man ey. Sehr ausführlichreich hier, der Text. Ja, drück da mal rauf, genau. who won't be sistema. Si. I know George is trying to hide things from me. I believe me and I am not stupid. I am right now inside. I do not know what to say. I suppose he is just not sure- キ R.H. E.A. aligned. Why is he trying to die. Was? Am I on the right method? What could be done? Why won't he stay? George is this practice. Maybe he'll just try and look what he said. They shouldn't be upset. They built this place in six weeks. Six weeks! How could anyone expect to be safe? There must be. There must be. I know what he says. He doesn't want everyone to panic. Sitting over here and having another one of my time. I don't know. I don't know. I don't know. I don't know. Look. Look here. No blood. I'm not mixed in. I'm not. It's not just mixed in. It's just a leak. It's all of us. Hm. Also Bluthusten ist nicht gut. So, haben wir hier noch irgendwas ausgeprägtet hier irgendwo? Ne. Dann werden wir mal sagen, gehen wir mal in diese Scheiß-Türe hier. Mal gucken, was wir da schon getan haben. Oh. Eine Video-Sequenz. Er wieder als Junge. It's been ten minutes since I had to cover Vera's face. But is it radiation? I don't know yet. The nearest proper lab is under ten tons of radioactive rubble. And I have to make do with a microscope. It's all right, George. We'll run some tests, Mr Bishop. Is anyone else showing signs? Yes. Six others. Quarantine them. Right away. Find out, where they were working. What they've had contact with and what they've been meeting. We need a source. Margaret. It's all right, Carla. Oh, fuck. Ich glaube, er hätte schneller in deine Mitte geklickt, dann hätte er uns wahrscheinlich nicht erwischt, okay? Aber er war ja schon mal als Kind, ah, okay. Weil der Bishop kann natürlich als, kann natürlich der General sein, wa? Von dem ganzen scheiß Atombunker hier. Das kann nämlich ganz gut möglich sein. Und hier können wir bestimmt irgendwo im Bildschirm anschmeißen, wa? Genau. Die ganzen Überwachungskameras, ey. Und weiter können wir hier auch eine Sparrenwarte, jetzt sind nur Überwachungskameras. Die haben alles beobachtet, ey. Da unten haben wir noch eine Viewer. Commissioner. So langsam können wir ja ein bisschen voran. So, hier können wir den Text, das komische Mikrofon hier und den Bildschirm machen. Machen wir jetzt mal erst das hier. Ja, nur ist da kein Sparrenwarte mehr, aber er ist ja da. Boah. 70 Oberservation. Ober, was? Observation. Also, Überwachung praktisch. Respawns bei Bishop, äh. Der Bishop hat hier sehr viel seine Hände im Spiel. Bei den Namen siehst du fast überall. Oh, wieder Bishop hier. Na, wie gesagt, es ist leider alles in Englisch. Wenn ihr das lesen wollt, könnt ihr da ja Stopp machen. Und euch das da durchlesen. Weil ich fliege einfach nur mal so über die Texte rüber. Weil das kann man schlecht übersetzen. Das ist ein bisschen heftig. So, hier haben wir noch einen Text. Okay. Kommissioner ist der Bishop Science Officer ist der Kater Liloid. Ja, und hier sind dann die ganzen Namen, ey. Wer was ist, ja. Okay, alles klar. Nur, die war dann hier weiter nichts. Können wir ja hier zurück. Und hier war auch weiter nichts, was? Ne. Okay. Hier ist auch weiter nichts. Was haben wir hier? Radiationswarning Map. Level 1, Level 2, Level 3, Level 4, bis hin zu Level 5. Office 1, Office 2, Electric. Store Room. Room 1, Room 2. Oh Mann, ey. Also, ich bin echt gespannt, was hier passiert, ey. Danger. Live Electric Equipment. Hört sich aber auch nicht ins Gut an. Schallplatten, ey. Mal gucken, was hier nochmal rein, wenn wir schon dabei sind. Was? Gar nichts. Hier ist gar nichts. Äh. Das wundert mich jetzt aber ein bisschen, ey, das hier. Dass man hier nichts auswählen kann. Dann ist hier wahrscheinlich auch nichts, oder? Ne. Dann kann er den Scheiß auch wieder zumachen. Ja. Gehen wir mal einfach mal durch die Tür. Mal gucken, was passiert. Boah, was ist denn das, Alter? Was ist denn das für ein Teil? Oh. Mein. Gott. Alter, was müssen wir denn hier machen? Holy shit, ey. Wahrscheinlich erstmal ausmachen und das wird wahrscheinlich der Hebel hier oben sein. Oh, nein. erstmal ausmachen ach wahrscheinlich erst mal rin setzen oder ok hier können wir ja weiter machen was passiert hier also noch mal zurück was ist mit dem scheiß hebel hier noch mal ach du heilige scheiße ob der zu gut war jetzt und jetzt noch gegen hier der ziemlich kaputt sie ist auswechseln und jetzt können wir wieder einschalten oh man ist ja ein krasser game eigentlich gefällt mir das ey na würg sagen machen wir hier erstmal stopp und machen in der nächsten super spritzigen runter weiter also hot rein bis dann